Jetzt macht unser Chef Abzer für euch eine Lahmacun. Das ist eine türkische Pizza. Das ist ein Ei mit Joghurt. Joghurt und ein bisschen Milch, gemischt. Und das sind die Sesam. Jetzt kommt er in den Ofen rein. Bitteschön. Und das sind jetzt ein Schlauwasch. Eine Mini-Zäplin. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de www.topfgucker-tv.de